Servus und der Lou, ich begrüße euch und zwar sind die Monarchaufgaben rausgekommen. Ich habe leider bei diesen Dings, Ton ist leider nicht gegangen und ich habe es aufgenommen und man merkt es einfach nicht. Ich hoffe ihr verzeiht mir das. Ich werde euch schnell die Punkte zeigen, wo die Level ab. Ich hoffe euch gefällt das Video und schaut es bis zum Schluss, dann geht der Ton wieder und let's go for a nap. So Freunde, da drinnen ist das letzte, das werden wir noch aufsammeln. Ich zeige euch noch mal auf der Karte, wenn man kurz gewähnt ist drin hat und dann haben wir das ganze und dann werden wir uns jetzt einmal die Lockierung dann gleich anschauen. Genau, dann sieht man die, so schaut die ganz genau aus und dann exakt. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst ein Like, da ab und jetzt meinen Kanal aktiviert die Glocke, checkt euch die anderen Reviews aus und das nächste Woche. Let's go. Servus für euch. Bis zum nächsten Mal.